Die Liebe zwischen Mike Hessel und Jessica Nuttick war anscheinend nicht von allzu langer Dauer. Bei Are You Were One konnten die beiden Singles nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Immer wieder wechselte die Beauty zwischen ihrem allerersten Favoriten Mike und dessen Konkurrent Leon, der übrigens auch ihr Perfect Match war. Nach der Sendung entschied sich die Schönheit dann aber offenbar für Mike, die beiden waren vier Monate lang ein Paar. Das stellte sich nun jedenfalls beim großen Wiedersehen heraus. Wir waren zusammen, vier Monate ungefähr, plauderte Jessie aus. Doch in dieser Zeit war wohl nicht alles nur eitel Sonnenschein. Irgendwann hat man einfach gemerkt, es passt nicht, erklärte sie den Schritt zur Trennung. Es habe mehrfach Streitigkeiten aufgrund von Eifersucht gegeben. Laut Jessie habe Mike sie total eingeengt, sogar der Kontakt zu Leon sei ihr verboten worden. Mike hingegen sieht die Sache ein klein wenig anders. Er habe Jessie sogar umsorgt, als diese sich nach ihrer Brust-OP kaum noch selbst habe pflegen können. Letztendlich seien die beiden aber auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Es hat einfach nicht mehr gepasst, hieß es auf Nachfrage der Moderatorin Sophia Tomala, 32, auch von Mikes Seite. Er habe viel mehr Gefühle gezeigt und seiner Meinung nach weniger zurückbekommen, außerdem soll Jessie sich mit einem anderen Typen geschrieben haben. Wir sind für eine Schuldigenseason bar, 32, auch von Trennung. Wir sind für eine切eremiyor someplace. Untertitelung des ZDF, 2020